Februar 1945. Die Rote Armee hat die Oder überschritten. Jetzt sind es keine 100 Kilometer mehr bis Berlin. Der Krieg wird nicht mehr lange dauern. Ich habe Angst, dass die Hoffnung zurückkehrt. Zu kurz vor dem Ende. Die Rote Armee kam. Runter! Was machen wir jetzt? Das merkt schon! Verdreckt's gewesen! Sie regieren! Wie heißt der? Keine Ahnung! Der ist heute Morgen gekommen! Fertig! Los! Spreiter! Bis jetzt! Die Russen sind durchgebrochen. Auf breiter Front. Wir brechen überall ein. Tupfer! Sie sind nur noch fünf Kilometer von mir. Oh Gott! Zunehnen und schieben! Aber! Sofort alles evakuieren! Und wer nicht transportfähig ist? Er bleibt hier! Genau, hinten drauf! Wenn ich mit kann, bekommt Marcia.